Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Ein-Familienhaus befindet sich im Kreis Coesfeld. Das im Jahr 1965 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über zwei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1500 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 188 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 225.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.